Hallo, mein Name ist Hörnler Manuel und ich bin Hausleiter bei XXXLutz. Auf die Idee bei XXXLutz zu arbeiten, hat mich eigentlich mein Onkel gebracht. Mein Onkel war immer schon ein Vorbild für mich und der hat mich eigentlich zu XXXLutz gebracht. XXXLutz hat mich immer schon interessiert, weil XXXLutz wahnsinnig viele Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Ich habe ganz normal klassisch angefangen in der Kleinwürbelabteilung, bin dann über eine Schlafzimmerabteilung bis hin zum Kehreleiter gewechselt, war danach sehr viel auf Eröffnungen und mittlerweile bin ich Hausleiter. Also meine Tätigkeit als Hausleiter fühlt sich 80% am Kunden, am Point of Sale. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich ganz viel mit meinen Mitarbeitern auf der Fläche unternimmt. Mein Arbeitsalltag beginnt meistens so gegen 8 Uhr in der Früh. Ich lasse mir einen Espresso runter, gehe in das Büro, check die E-Mails vom Vorabend, schaue mir diverse Listen an und schaue aber trotzdem, dass ich an um 9 Uhr in der Früh, wenn die Drehtür aufgeht, am Kunden bin. Ich gehe dann meistens eine Ausstellungsrunde mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen beiden Verkaufsleitern und gegen 18 Uhr schließt dann unsere Filiale und so gegen 19 Uhr fahre ich dann meistens nach Hause. Also nachdem ich in meiner Filiale 13 Lehrlinge zu betreuen oder zu betreuen habe, ist es mir wahnsinnig wichtig, dass die gut ausgebildet werden. Es ist immer ein super Erfolg für uns, wenn wir Lehrlinge auf die Berufsschule schicken und die die Berufsschule mit einem ausgezeichneten Erfolg abschließen. Also mein Job als Hausleiter fasziniert mich eines, dass jeder Tag eigentlich anders ist. Jeder Tag ist speziell, man hat jeden Tag andere Kunden. Also für mich wäre der Tag dann perfekt, wenn ich meine Kunden zufriedengestellt habe, wenn ich meine Mitarbeiter auf der Fläche weiterentwickelt habe und natürlich wenn ein bisschen Umsatz in der Kasse ist. Also mein großer Plan ist es eigentlich einmal Gebietsleiter zu werden, das heißt eine gewisse Region in Österreich zu führen. Das muss natürlich nicht morgen sein, aber da werde ich darauf hinarbeiten und das ist mein großes Ziel bei XXXLutz. Das ist mein Herz, das ist mein Herz, das ist mein Herz.